Leute was geht in diesem Video möchte ich euch einen Glitch zeigen mit dem ihr ganz easy eure Waffen leveln könnt. Wie ihr seht greifen mich die Zombies nicht an und die gehen alle auf den selben Spot und ihr könnt ganz in Ruhe eure Waffen leveln. Für diesen Glitch braucht ihr insgesamt 7000 Punkte um euch die Sachen zu kaufen die ihr braucht. Wenn ihr das Geld dann zusammen habt dann geht in die zweite Zone in die Orangene zu einem Shop und kauft euch ein Geschütz und die Affenbombe. Das Geschütz kostet 2000 Punkte und die Affenbänden kosten 5000 Punkte. Wenn ihr dann alles habt dann geht an eine Exfiltration und stellt das Geschütz dort auf wo ihr am besten auch drauf springen könnt also irgendwo drauf stellen wo ihr dann zum Beispiel wie ich hier ich klettere hier auf dieses Tor springen auf das Geschütz drauf und ihr müssen jetzt nun nach unten auf das Geschütz schauen und eure Affen rum auf das Geschütz werfen. Diese Affenbombe wird dann weglitschen und die wird für immer für den Rest des Spiels dort bleiben und alle Zombies werden sich dort versammeln. So könnt ihr ganz easy in einem Game eine Waffe komplett hochleveln und ich würde euch noch empfehlen nehmt als Feldaufrüstung die Energiemine mit und das erleichtert euch das auch ein bisschen wenn ihr mit der Energiemine die Zombies tötet und die Waffe die ihr leveln wollt in der Hand habt dann kriegt die Waffe die ganzen XPS von den Kills. Das war es dann auch schon mit diesem Video ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja lasst doch ein Like da und ein kostenloses Abo damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und immer auf den neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!